Antreten auf Mante 1, Benediktabstatter SC Anger gegen Johannes Lurz, KSV Bamberg, 58 Kilogramm, Kampf um Platz 3 und 4. Antreten auf Mante 3, Janik Rausch, RSC Riau gegen Christopher Krämer, Mante 3, 50 Kilogramm, Finale um Platz 1 und 2. picturesque. 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 15 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind hervorragend. Wir sind hervorragend. Mit einem Zülter-Sonderricht. Immer mal anfangs. Hier, hier. Gehen Sie. Aus. Du machen es. Gute. Andreten auf Nummer 1. Dominic Winkler, Tieswakun Ebroch, Kino Roman Walter. 50 kg. Kommt im Platz 3 und 4 auf der Matte 1. Dieva! 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 Wir werden hier in der Mitte! Dieva! 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 Weiter! Outsteam. Schieb Pause! Schieb Pause! Hecht? Jacke plane aus, Mikoss. Ich muss mit der Klasse werfen! Sie! Ich muss mit der Klasse werfen! Bitte werfen! Ich muss mit der Klasse werfen! Sie hat der Klasse werfen! Ja! Antreten auf Matte 3. Philipp Adler, Bindlach gegen Roland Schwarz. Bindlach, Kampf um Platz 3 und 4 in der Klasse 69 Kilogramm.